Na 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 La 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 Oh man, ich hab das außer Versehen auf B gedrückt, anstatt auf A. Wow, unser erster Orden. Nein. Ah, ich zeig euch gleich, wie man die Orden ausrüstet. Menno. Wow, wir haben ein neues Teammitglied. Oder besser gesagt, unser erstes Teammitglied. Okay, können wir jetzt ein Quattro machen. Cool, ein Sternsschlitter. Ja, okay, Ordenzeit. Okay, hier sehen wir unser Status. Ja, Stiefel, Hammer, Sternenergie, haben wir noch keine Kraftpunkte, Blütenpunkte, Ordenpunkte. So, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Orden ausrüsten, haben wir noch zwei verfügbare Ordenpunkte. Wir können beim Level Up entweder KP, BP oder OP erhöhen. So, aber das werdet ihr alle später noch richtig erfahren. Verdammt. Scanner. Das ist ein Goomba. Guck mal, sind das, was man wohl kleine Fische nennen würde. Genau genommen sind sie eigentlich sogar die kleinsten Fische. Moment mal, ich bin ja auch einer. Maximal KP 2, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. So. Powersprung. Und tot. Verdammt. Kopfnuss und tot. Und die Partner, wenn sie einmal getroffen werden, dann müssen sie leider Runden aussetzen. Je nachdem, wie viel Schaden sie erledigen haben. Oh, yeah. Und Mario hat halt seine KP. In Peppermario 2 haben sogar die Partner eigene KP. Wow. Er ist angriff erfolgreich. Lala. Ähm. Gibt es irgendwas noch Wichtiges zu sagen? Nicht wirklich, oder? Außer, dass der tot ist. Und wir erhalten vier Sternpunkte. Und wir haben gewonnen. Und wir haben fast die Hälfte erreicht von Level ab. Ah, verdammt. Und Scanner. Ja, die haben auch nur 2 KP und ein Angriffskraft. Das Einzige ist halt, dass man sie nicht mit einem Hammer treffen kann. Verdammte Scheiße. Für mein Überleben. Gewonnen. Und, ja. Uns fehlt noch ein Sternpunkt für die Hälfte von 100. Wow. Und wir erhalten wieder drei Sternpunkte. Und Kopfnuss. Und mit einem Hammer auf einen Gumba-Schlangen. Das macht Spaß, denn er ist am Platz. So, wir haben über die Hälfte erreicht. Tu mir nix, Orden. Der ist ganz praktisch. Und zwar, wenn man noch 1 KP hat, kann es sein, dass die Angriffe von Gegnern daneben gehen. Muss aber nicht immer klappen. Hm, ich dachte, da kommt jetzt ein Gumba raus. Ich hoffe, ich habe das in Erinnerung gehabt. Komm her. Verdammt. Drei Stück. Das ist nicht nett. Kopfnuss. Du bist tot. Oh, yeah. Oh, sogar mit 2 KP geht es fast daneben. Und wir haben gewonnenen. Oh, yeah. Sieht doch schon gleich viel besser aus. Ich hasse mich.